Bonaventure Nedicung von Erschütterung zu positivem Push nach den Ostwahlen Bonaventure Nedicung, der Leiter des Hauses der Kulturen der Welt, HKW, äußert sich in Bezug auf die jüngsten Ostwahlen und die damit verbundenen Erschütterungen in der politischen Landschaft. Er spricht von einem Gefühl des «Push», das er wahrnimmt, und betont, dass der Begriff der Heimat nicht den Rechten überlassen werden sollte. Nedicung plädiert dafür, die Vielfalt und Pluralität der Bundesrepublik Deutschland stärker in den Vordergrund zu rücken, als es der aktuelle politische Diskurs tut. Sein Ansatz zielt darauf ab, die unterschiedlichen Identitäten und Kulturen, die Deutschland prägen, sichtbar zu machen und die Vorstellung einer homogenen nationalen Identität zu hinterfragen. Indem er sich für eine offenere und inklusivere Diskussion über Heimat und Identität einsetzt, möchte Nedicung dazu beitragen, ein neues Verständnis von Zugehörigkeit zu fördern, das die Realität der pluralistischen Gesellschaft widerspiegelt. Zugehörigkeit 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 Zugehörigkeit